Das ist der Start zum zweiten Sautern-Cup Chateau d'Arche mit den Co-Sponsoren Savoyotel-Boranville-Zürich und Beretta Schweiz. Da übernimmt erstmal Notte Roma die Spitze mit dem vorhin gestürzten Olivier Plasse. An zweiter Position ist es innen Iron Duke, außen begleitet von Michurin, dann Otto Schaolin und am Schluss galoppiert. Dallam, so kommt das Feld in den bereits letzten Bogen mit Notte Roma in Front. An zweiter Position jetzt Michurin, dann Iron Duke, der jetzt doch schon bemüht werden muss, dann Otto, gefolgt von Schaolin und Dallam. So kommt das Feld jetzt in den Einlauf mit Notte Roma vor Otto. So, Iron Duke wird nach außen genommen, aber Notte Roma, der marschiert. Notte Roma marschiert hier Olivier Plasse, gestürzt und dann marschiert er hier. Außen kommt nochmal Iron Duke und Otto, aber Olivier Plasse, Riesenleistung nach diesem Sturz vorhin, gewinnt mit Notte Roma vor Otto. Dann erst Iron Duke, dann Michurin, dann Dallam.